so und das immer wieder bei einer runde hotz quickmatch diesmal natürlich total übertrieben 2 heal gegen 1 heal quickmatch ist wieder mal so geil zurzeit ist echt quickmatch ist so broken mal kriegst du so übelst das krasse team kannst einfach gar nicht verlieren oder nicht gewinnen wenn der gegner das krasse team hat aber wir spielen eine runde nasebo und wir haben wir sonja als tank ok was gehe ich denn wissen alles mehr range und da mal nachkämpfer wir machen leicht spielen genau vielleicht ein spinnen bild und als ulti nehmen und schon mal nicht getroffen aber nicht getroffen ich treffe einfach nicht was ist denn hier los meine leichten spüren treffe nicht jetzt haben wir das blut vergossen fast wieder ein bisschen geblockt aber alles noch schick ist nur die ganze zeit schon auf karne ich habe schon angst so als tier 3 talent was nehme ich denn da als tier 4 gehen wir auf 100 prozent oder auf mana und links zurück so erstmal ein bisschen minions farm davon lebt ja eigentlich ich bin ich mir da bin ich mir dann wirklich nicht zurück ich will eine diese spinn haben eine runde spinn kommen zu meinen spinn haben da hast du ja und was jetzt und da bist du drin gefangen und noch mal schön die spinn abbekommen ich brauche man und bis zu übernehmen den großen voodoo was machen die anderen okay die machen camps mit denen sieht auch okay aus ich brauche mehr mana hey geht zurück und dann gehen wir hier unterwegs 23 grad ist ein bisschen wenig ab 10 brauchen wir so 70 bis 75 ja hallo was denn los nova schmutzig weg ist frei dass mich hier kems machen der ist da nicht der will sich ihre relikte holen ist ja keiner die altäre so befiehlt es der radenfürst dieses reichnet mir gehört mir allein die zitadelle unter bischof tschüssi und da war tot bestätige ziel ausgeschaltet ich muss mir mein team helfen aber ich brauche auch minions brauchen ja voodoo ok wir haben zwei bekommen alles schick kann ich lane weiter pushen wir müssen nur selbst spielen bitte ja sieht okay aus da kommen sie zu mir ja auch nicht getroffen also kathos ist nicht so geil wie es aussieht ich bin weg ab zur mana brunnen 36 erst ey boah das ist wenig lasst mir hier meine lane versaut mir alles so jetzt kommen wir spielen ich habe 0 mana es gibt so nicht weil ich zu wenig voodoo habe die altäre zutage helden bereitet euch vor einmal frei wer kriegt alle spinnen ab die zeit eilt schnell einnehmen jungs ich kann blocken die altäre sind wieder erschienen aktiviert sie jetzt ich bin gehalten ja die spinnen tun schon weh und ich habe noch nicht mal den ding ist voll ok sieht besser für uns aus oh oh nichts passiert ich bin heute nicht so ab zum anderen brunnen wie gesagt doppelheel ist halt so broken wir haben jetzt schon fast einen doppelten heal ist gut jetzt haben wir nicht fest fertig jetzt machen wir gleich ich bin ein bisschen damage jetzt lass ich ich na wo willst du hin gibt es nicht hier noch mal spinnen für alle. Schade, dass halt die Gebäude blocken. Wenn sie dann wenigstens auf die Gebäude noch gehen würden, die spinnen. Ich bin doch nicht blöd, mach ich nicht. So Koloss oder doch Geist, aber in dem Geist. Geist ist cool. Tut ja fast weh, ihr Attacke. Bleibt ein Weichchen, sehr gut. Überlauen sie jetzt hier auf, was soll's. Genau jetzt. Schöne Falle gesetzt. Haben sie unten schon mal kein Heal. Erobert die Altäre und macht diesen Totengräber ein Ende. Wenn ich jetzt noch Ulti fertig hätte. Und tot. Definitiv tot. Möge euch die Dunkelheit holen. Na, war der Heilbrun noch da? Ah, der Heilbrun war da. Puh. Vier Sekunden noch. Hihihihihi. Vernichte den Totengräber. Danke, wieder mit. Ich muss XP fahren. Wir können so lange Botlin einnehmen und ich nehme mit Len ein. Oder push zumindest ein bisschen. Los. Nutzte es jetzt. Na, schade. Er soll seine Fassrollen nutzen, damit ich und das kann ich nicht mehr abhauen wo geht noch was haben wir denn hier eine heilung und sterben sahen und ich kann weiter pushen top lane eisblock nehme ich mit über dieses land ich komme jetzt einfach nur meine videos hoch 175 brauche ich bis zur 20 dann sind die spinnen so broken weil wenn ich nur ein treffen und so viele spinnen aus wahnsinn so ihr könnt die schreiner nehmen ich lehne weiter die zeit ist gekommen und zur not helfe ich euch zur not okay ich helfe euch mal habt euch und noch schön eingekesselt easy so um uns hier oben kein mana ey trasebo ohne mana ist echt traurig ich werde nicht in diese elenden miden zurückkehren eure macht doch hier gehören totengäber wir sind auch nicht gefangen macht kein mist ich lache ihr macht mist großen mist macht ihr da muss ich auch einfach mal zurückziehen und nicht im turm feiten wo er anhand gefehlt so sad natürlich ich bin gehen soll ja ich brauche keine ich brauche ich brauche keine hilfe ich habe bei unserer zitadelle einen tunnel errichtet der in die mitte des schlachtwecks führt gebrauchten oder so und gut tschüssi Die kriege ich leider nicht mehr, aber ich kann das hier noch ein bisschen anhitten. Er driftet halt echt kein... Das ist so krass, dass er keinen driftet. Ja, können wir ein bisschen mit dem Spiel... Eisblock! Ich bin dann mal weg. Auch 175, los! Ja, das ist ja auch okay gerade, ey. Hier haben sie noch. So, 140. Ja, das hätte kein Lust mehr. Oder was weiß ich. Hier mal Seelen ernten. Nicht mehr auf Seelen. Unverkommen. Und weiter geht's. Ja, wir können noch bossen und finishen. Das ist egal. Das Spiel ist vorbei. Wie gesagt, Double Heal ist im Quick Match so OP. Einfach nur broken. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Doppel Heal, OP, 4. P. Oh, ich bin nicht mehr dabei. Puh. Da muss ich sagen. Tschüssi.